Erzähl uns doch mal wer du bist und was du hier gerade so treibst auf dem EPT. Ich glaube, du hast den Piraten einiges zu erzählen. Ja also ich bin Sandra und ich habe jetzt seit zwei Wochen die Beauftragung für die Piratenpartei die Beteiligung bei der FSA, also der Freiheitsstadt Angst in Berlin zu organisieren. Und ihr wisst alle, bei der Freiheitsstadt Angst, da wird ein großer Wagen dabei sein oder können wir mit einem großen Wagen dabei sein und die Piraten gehören zur Freiheitsstadt Angst dazu. Und das Wichtigste, was wir jetzt im Vorfeld brauchen, ist natürlich Geld. Ohne Geld können wir kein Businesspartner sein. Ohne Geld können wir keinen Wagen dabei haben. Diesmal dürfen wir sogar drei Fahrzeuge insgesamt dabei haben. Das heißt, das Ganze kann riesengroß aufgezogen werden. Und ich bin jetzt eigentlich das ganze Wochenende dabei, von anderen Landesverbänden Geld einzusammeln. Ich habe hier von der Versammlung, die haben sich mit fast 800 Euro Spenden beteiligt, was ich ganz toll finde, so dass wir insgesamt mittlerweile bei einer Summe von 3600 Euro angekommen sind. Aber da wir, wie gesagt, drei Fahrzeuge haben können. Das heißt, es wird ein Lauti, also schön mit Anlage und allem drum und dran geben. Und dann können wir zwei Themenfahrzeuge haben. Also stellt euch das vor wie so ein Karnevalwagen und halt die Orange Pearl. Da brauchen wir natürlich dementsprechend viel Geld. Also das Wunschbudget, wo wir wirklich anfangen können, produktiv toll zu planen, sind 4500 Euro und jeder Euro mehr. Das ist natürlich auch toll. Also da sind noch ein paar Landesverbände, wo noch Entscheidungen ausstehen. Da erwartest du jetzt noch, bis sie ihre Mittel freigegeben haben. Und dann kannst du noch mal sagen, wie viele denn jetzt endlich noch fehlen. Dann rufen wir dann noch mal dazu auf. Genau. Und ich habe noch einen zweiten Aufruf, weil ich bin jetzt mittlerweile so optimistisch, da ich halt von anderen Landesverbänden auch die Zusage gekriegt habe auf Geld, dass ich davon ausgehe, dass wir die Mindestsumme zusammenkriegen, dass wir jetzt mit der Planung anfangen. Die Zeit eilt auch, weil die FSA ist am 30. August in Berlin. Also alle, die jetzt das hören, auf jeden Fall den Termin frei halten. Und wir wollen halt, wie gesagt, einen Themenwagen machen. Das heißt also, nicht nur Anlage drauf und Musik, sondern stellt euch das wie so ein kleiner Karnevalswagen vor. Euch ist alles offen. Und dafür brauchen wir kreative Leute. Das heißt also, wer sich vorstellen kann, bei der Planung, Entwicklung dieses Themenwagens mitzumachen, ganz, ganz schnell bei mir melden. Prima. Vielen Dank, Sandra, und viel Erfolg. Danke.